In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du mit deinen Hörbüchern Geld verdienen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du bisher noch keine Hörbücher hast. Ich möchte dir gleichzeitig auch eine kurze Anleitung dazu geben, wie du überhaupt erst ein Hörbuch erstellst und wie du es dann monetarisiert bekommst. Aber mehr dazu gibt es nach dem Intro. Fangen wir doch erstmal mit den Grundlagen an. Wenn ich durr wäre, würde ich nicht unbedingt einfach nur ein Hörbuch produzieren, um ein Hörbuch zu produzieren, sondern ich würde probieren, dieses Hörbuch in einen größeren Kontext einzuordnen. Das heißt, wenn du praktisch ein Hörbuch produzierst, sollte dem etwas folgen und es sollte davor etwas sein. Nämlich bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich aus einem Online-Kurs ein Kindle-Buch mache. Dann nehme ich das Kindle-Buch, druck mir das aus, lese es vor und das, wie gesagt, ist dann mein Hörbuch. Dann nehme ich das Hörbuch und publiziere das auch nochmal über Amazon Video Direct oder Prime Video Direct, eine Amazon-Plattform, wo du halt auch nochmal ein bisschen Geld verdienen kannst, indem praktisch Leute sich dein Buch in Anführungsstrichen anhören. Wie man das genau macht, das möchte ich dir heute hier in diesem Video zeigen. Ich möchte dir aber auch nochmal einige andere Plattformen und Distributionstools für deine Hörbücher zeigen, über die du durchgehend Geld verdienen kannst und die ich persönlich auch verwende. Fangen wir doch mal noch mit den Grundlagen an, nämlich wie genau nimmt man das Buch auf. Ich würde folgendes empfehlen, nämlich wenn du praktisch ein Kindle-Buch geschrieben hast, dann druck dir das Kindle-Buch aus oder hab es auf deinem Computer und lies das Buch einfach mal vor. In meinem Fall benutze ich das Blue Yeti USB-Mikrofon. Das ist ein Mikrofon, das, denke ich mal, relativ günstig ist. Natürlich, wenn jetzt einige vielleicht von euch sagen, die sich gut mit Mikrofonen auskennen, naja, das ist ja so das typische Standard-YouTuber-Mikrofon. Du kannst natürlich auch ein viel teures, ein besseres Mikrofon dir kaufen, bloß da haben wir den springenden Punkten viel teures. Also ich möchte nicht unbedingt, dass ihr ein gigantisches Risiko eingeht, nur um halt nochmal ein bisschen bessere Soundqualität zu bekommen. Klar könntet ihr euch auch ein rote Mikrofon oder was auch immer kaufen oder Mikrofone, die tausend von Euro kosten und in extra Buchsen und so angeschlossen werden müssen. Aber bei dem Blue Yeti Mikrofon handelt es sich um ein sehr simples Mikrofon. Es ist ein Mikrofon, das du einfach in deinen USB-Port reinstecken kannst und dann kannst du anfangen aufzunehmen. Das ist das Mikrofon, das ich gerade hier verwende. Und bei mir ist es sogar so, dass eigentlich diese Audioqualität besser sein könnte. Bloß ich befinde mich relativ weit von diesem Mikrofon entfernt, einfach weil, wie gesagt, es ein bisschen unpraktisch ist, wenn ich das Mikrofon direkt vor mir habe. In deinem Fall würde ich dir einfach vorschlagen, dass wenn du dir ein Mikrofon kaufst, dass du dir so ein Mikrofon hier kaufst, ich denke, das ist definitiv das Geld wert. Aber gut, du hast also praktisch nur dein Buch, du hast dein Mikrofon, du legst das Buch hin, fang an, das Buch vorzulesen. Ich würde dir aber folgenden Tipp geben, nämlich versuche nie länger als 15 Minuten am Stück, dieses Buch vorzulesen, weil du wirst relativ bald merken, dass deine Stimme heiser wird, beziehungsweise dass diese Stimme sich müde anhört. Nämlich gerade, wenn du dann später mal die Audioaufnahme dir anhörst, wirst du Folgendes feststellen, nämlich am Anfang wirkt deine Stimme vielleicht noch entspannt und energetisch möglicherweise und dann am Ende wirkt es auf einmal irgendwie müder und vielleicht sogar ein bisschen leiernd. Deswegen, da sollte man immer so ein bisschen aufpassen. Das fällt mir auch übrigens immer wieder bei meinen Online-Kursen auf, dass ich daran, ja, wie gesagt, dass solche Dinge sind, die einfach passieren können. Aber gut, wo genau kann man seine Hörbücher publizieren? Zu allererst natürlich gibt es solche Plattformen, wie zum Beispiel Fire oder zum Beispiel CINCI oder zum Beispiel ACX, das alles drei Plattformen sind, wo du praktisch deine Bücher hochlädst, deine Hörbücher hochlädst und diese Plattformen verkaufen praktisch diese Hörbücher für dich. Das heißt, es handelt sich hierbei vor allen Dingen um Distributionstools, die aber selbst auch noch mal kleinere eigene Plattformen haben. Bei Fire bin ich mir nicht ganz sicher. Bei CINCI kannst du ja direkt praktisch auf die Plattform draufgehen und kannst sehen, dass die hier auch ihre eigenen Hörbücher hochgeladen haben beziehungsweise halt die Hörbücher von den Partnern, für die sie praktisch die Hörbücher promoten. Du kannst hier auch deine E-Books promoten. Nämlich da musst du mal so ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel deine E-Books auf Kindle drauf hast, musst du mal schauen, dass Kindle dir tatsächlich auch erlaubt, diese Bücher auf anderen Plattformen zu publizieren. Was hier nur der Fall ist, wenn du nur 35% von den Tantiemen bekommst. Das heißt, wenn du nicht im sogenannten KDP-Select-Programm drin bist. Nämlich, wenn du in diesem KDP-Select-Programm drin bist, dann darfst du deine Bücher nicht auf anderen Plattformen publizieren. Du kannst, wie gesagt, diese Bücher dann physisch weiterverkaufen, bloß dürftest du sie halt nicht digital weiterverkaufen. Bei Hörbüchern gestaltet sich das Ganze ein bisschen einfacher. Du könntest deine Bücher zum Beispiel auf Plattformen hochladen wie ACX. Du kannst deine Bücher hochladen auf Plattformen wie Cincy oder Fire, obwohl ich glaube, dass halt du vielleicht nicht unbedingt das Produkt auf allen Plattformen hochladen solltest. Also auf Fire, Cincy und ACX, weil nämlich diese Plattform ja auch das Buch auf denselben Plattform verkaufen. Das heißt, du würdest dann praktisch über drei unterschiedliche Distributionstools dein Buch verkaufen lassen oder dein Hörbuch verkaufen lassen. Und dasselbe Hörbuch würde halt dreimal auf jeder Plattform drauf senden. Ich glaube, das wollen die Plattformen nicht, beziehungsweise das wollen auch hier die Distributionstools nicht. Welche Plattform nun die beste ist, versuche ich derzeit rauszufinden. ACX, da hat mich auch einige von euch gefragt, wie kann man denn überhaupt über ACX Geld verdienen? Kann man denn da nur Geld verdienen, wenn man Amerikaner ist? Es gibt ja tatsächlich einige Möglichkeiten, nämlich du kannst beispielsweise mit einer Firma namens ReShip arbeiten, die halt praktisch die Checks dann weiter verschifft nach Deutschland praktisch. Das wäre hier eine Möglichkeit. Du kannst natürlich dir auch einen amerikanischen Business Partner suchen, der halt minimal beteiligt ist, wo ihr halt dann eine, sag ich jetzt mal ein Profit-Sharing-Agreement habt. So hatte ich das beispielsweise damals gemacht. ACX, wie gesagt, ist halt relativ strikt. Du kannst aus Deutschland eigentlich keinen ACX-Account diese wirklich erstellen. Du bräuchtest halt einen amerikanischen Business Partner oder nutzt halt so eine Plattform wie ReShip. Sonst natürlich, Sinsi oder zum Beispiel Fair sind, denke ich mal, ganz in Ordnung, also Möglichkeiten, die ganz in Ordnung sind. Ich muss mal schauen, wie gut diese performen. Nämlich ich habe jetzt gerade angefangen, mit beiden Plattformen zusammenzuarbeiten. ACX hat bei mir immer relativ gute Ergebnisse, also hat gute Ergebnisse mir gebracht. Ob nun Fire und Sinsi das auch machen, das werde ich euch, wie gesagt, bald mitteilen können. Derzeit weiß ich es noch nicht. Ein weiterer Weg, den ich persönlich nicht nutze, aber den du nutzen könntest, um praktisch mit deinen Hörbüchern mehr Leute zu erreichen, ist natürlich auch diese Hörbücher auf YouTube zu publizieren und dann beispielsweise halt diese Videos einfach nur aus dem Cover bestehen zu lassen und praktisch der Audiospur. Das heißt, du hast das Cover von deinem E-Book beispielsweise oder von praktisch deinem Hörbuch natürlich und würdest dann dieses Hörbuch aufnehmen über praktisch dein Mikrofon und würdest dann das Hörbuch als eine MP4 hier auf YouTube hochladen. Wäre natürlich auch eine Option, wenn du jetzt aber eine geringe Forderung hast, dann gehe ich nicht davon aus, dass du damit jetzt horrende Summen verdienen wirst. Du wirst, denke ich mal, eher mehr Erfolg haben, wenn du beispielsweise deine Hörbücher über Plattformen, wie Fire oder zum Beispiel CNC oder zum Beispiel ACX promotest. Das halte ich für sinnvoller. Du kannst natürlich aber auch diese MP4 nehmen, die du bereits auf YouTube hast und kannst sie auf Plattformen wie Amazon Video Direct oder Prime Video Direct publizieren. Prime Video Direct muss dann auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Die wollen eigentlich nicht, dass du deine Videos, die auf Prime Video Direct sind, auch auf anderen Plattformen hast, obwohl sie eigentlich da meines Wissens relativ locker sind, komischerweise, weil ich ziemlich viele Partner habe, die auch Online-Kurse haben, die beispielsweise auf YouTube auch kostenlose Videos aus diesen Online-Kursen haben und die haben einfach dieselben Videos hier nochmal auf Amazon hochgeladen. Das ist auch nochmal eine von diesen Einnahmequellen, die ich derzeit angehe, weil nämlich Amazon Video Direct immer weiter am Wachsen ist und ich möchte halt einfach diesen Trend hier mitnehmen. Es ist bloß halt sehr, sehr nerven, auf Reimtier irgendwelche Videos hochzuladen, weil halt einfach Amazon ultraperfektionistisch ist. Die wollen, dass du Untertitel für jedes einzelne Video hast. Die wollen, dass du ein Design hast für jedes einzelne Video. Du musst also praktisch diese Covers erstellen und so weiter und so fort. Das macht das Ganze sehr, 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 sehr kompliziert und sehr langwierig. Scheint aber dann noch eine ganz gute Einnahmequelle zu sein. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier auf jeden Fall noch mehr Content hochladen werde. Ich werde vor allen Dingen viel von meinem YouTube Content hochladen. Warum? Weil ich natürlich das Transkript von vielen von meinen YouTube Videos habe und YouTube generiert ja für mich die Transkripts automatisch. Diese muss ich nochmal ein bisschen umarbeiten und dann kann ich halt diese Untertitel mir, die YouTube für mich generiert, hier jederzeit auch auf Amazon Video Direct hochladen und dann auch nochmal ein wenig Geld über meine YouTube Videos verdienen. Wenn ich zum Beispiel meine jetzt glaube ich 600, 700 Videos hier hochlade, dann werde ich damit auch nochmal vielleicht ein paar hundert Euro im Monat verdienen. Haben oder nicht haben, ich habe es wie gesagt gerne. Wenn du halt ein Hörbuch produzierst, dann macht es auch Sinn, dieses Hörbuch hier als MP4 nochmal hochzuladen, wo man einfach dann praktisch das Cover hat und praktisch auch nochmal zusammen mit der Audiospur, das Ganze hier hochlädt, halt praktisch als MP4 und so würdest du auch nochmal die kleine weitere Einnahmequelle schaffen. Du kannst natürlich aber auch deine Plattform, deine Hörbücher publizieren über die Plattform TuneCore. TuneCore ist eigentlich halt nur für Musik. Ich weiß aber auch von anderen Leuten, dass sie hierüber ihre Podcasts promoten beziehungsweise dass sie hierüber ihre Hörbücher promoten. Das wäre wie gesagt auch eine Option. Musst du schauen, ob sie dich annehmen. Ist eine Plattform, wo ich auch drüber nachdenke, ja, meine Hörbücher hochzuladen, aber ob das nun tatsächlich was wird, muss ich mal schauen. Eine weitere Option, die natürlich hier auch jederzeit möglich wäre, ist die Hörbücher nicht unbedingt als ein Hörbuch hochzuladen, sondern als Podcast hochzuladen. Das heißt, als informatives, als informatives, ja, MP3. Du kannst, indem du hier deine Hörbücher oder deine MP3s hochlädst, auch Geld verdienen. Du kannst nämlich praktisch Werbung in deine Podcasts integrieren und dann über diese Werbung, die du in deinen Podcasts integriert hast, verdienst du Geld. Du kannst einfach eine Werbung davor schalten, du kannst eine Werbung dann nachschalten, du kannst den Podcast splitten und irgendwo in der Mitte eine Werbung haben und Anker sucht halt praktisch für dich die Werbepartner und du verdienst dann durch jeden Klick auf deinen Podcast Geld. Einige hatten mich auch da wieder gefragt, wie kann man darüber Geld verdienen, wenn man in Deutschland wohnt, weil nämlich bisher nur Anker das Programm für US-Amerika noch freigeschaltet hat. Auch wieder dasselbe, du brauchst halt einfach einen Businesspartner aus den USA. Da hier Umsatzsteuer nicht irgendwie das Problem ist, kannst du wie gesagt auch dann in deinen Businesspartner aus den USA nicht unbedingt eine Reverse-Charge-Rechnung, aber es handelt sich ja hierbei eher um einen Profitsplit und die Plattform, von der ihr halt die Profite splittet, also Anker, hat ja bereits für euch Umsatzsteuern und so weiter abgeführt, weil halt einfach nicht dort drauf irgendwelche Umsatzsteuern, soweit ich weiß, anfallen. Ich glaube nicht, dass Podcasts oder die Werbung auf diese Podcasts irgendwie für dich umsatzsteuerlich relevant sein werden, weil es halt einfach Werbepartner sind, die mit Anker verbunden sind und die keine 1 zu 1 Verbindung mit dir haben. Deswegen gehe ich mir davon aus, dass es hier relativ einfach zu managen ist. Ihr macht dann einfach einen Profitsplit, müsst natürlich schauen, dass ihr das auch so managt, dass es fair für beide Seiten ist und dann, wie gesagt, kriegt dann halt dein amerikanischer Partner ein bisschen Geld, du kriegst halt den Rest des Geldes und so könnt ihr auch über Anker euer Podcast monetarisieren. Geht nicht davon aus, dass ihr jetzt hier 10.000 Euro verdienen werdet, nämlich die CPM für einen Anker Podcast oder beziehungsweise die CPM für 1.000 Klicks sind 12 Dollar. Das heißt, du wirst 12 Dollar für ziemlich genau 1.000 Klicks bekommen. Du kannst natürlich aber auch jederzeit nochmal dein Hörbuch self-hosten über die Plattform Gumroad oder andere Plattformen, die halt praktisch Self-Hosting-Plattformen sind. Gumroad führt innerhalb der Europäischen Union für dich jegliche Umsatzsteuern ab, was super ist. Das heißt, wenn du praktisch deine Hörbücher hier hochlädst und du verkaufst sie nur an deutsche Partner, dann, wie gesagt, wirst du, ja, oder nur an Partner aus der Europäischen Union, dann musst du dir hier keine Sorgen machen. Du kannst, wie gesagt, hier jede Zeit deine Produkte hochladen, kannst dann kleine Landingpages erstellen und Leute können dann über diese Landingpages sich für das Hörbuch einschreiben, können sich diese auch direkt über die Plattform anhören. Das heißt, du brauchst jetzt nicht irgendwie nochmal eine externe Hosting-Plattform oder so und Gumroad nimmt halt ein paar Prozent. Ich habe beispielsweise den Premium Gumroad-Account, ich zahle 10 Dollar pro Monat dafür, dass praktisch, ja, ich eine bessere, eine bessere Rate bekomme, nämlich ich zahle gerade mal 3,5 Prozent von den Sales an Gumroad und dafür führen sie halt für mich die Umsatzscheinen ab, dafür stellen sie für mich Rechnungen aus und so weiter und so fort. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.